Nummer 5 Mit seinem umhüllenden Pelz bietet dieser Winterparker einen hohen Komfort in den kalten Monaten. Er ist leicht tailliert geschnitten und verleiht der Linie einen Hauch von raffinierter Eleganz. Dank des inneren Kordelzugs in der Taille sitzt er perfekt. Der hintere Saum ist länger als der vordere. Das Außenmaterial ist wasserdicht, während das Innenfutter gesteppt ist, was sehr angenehm zu tragen ist. Er wird mit einem Reißverschluss geschlossen. Er ist aus Polyester, Baumwolle und Polyacryl hergestellt. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4 Er ist tailliert geschnitten und verfügt über einen verdeckten Reißverschluss und eine Knopfleiste. Mit dem Kordelzug lässt sich der Bund in der Weite verstellen, um einen perfekten Sitz zu gewährleisten. Die Ausstattung wird durch einen geraden Kragen und eine abnehmbare, gepolsterte Kapuze ergänzt. Besonders praktisch sind die zahlreichen Taschen, Brusttasche, zwei geformte Seitentaschen, Innentasche, aufgesetzte Tasche. Wir empfehlen, das Kleidungsstück im Schonwaschgang bei 30 Grad Celsius zu waschen, ohne es zu bügeln. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 3 Gefüllt mit dicken Gänsedaunen, garantiert er konstante Wärme, wenn die Temperatur sinkt. Das Drei-Wend-System leitet Feuchtigkeit von innen und außen ab und sorgt für Frische und Komfort den ganzen Tag lang. Sowohl die Kapuze als auch der Pelzbesatz sind abnehmbar, sodass Sie kühles und sonniges Wetter am gleichen Tag genießen können. Die Innentasche ist für Mediengeräte mit einer Kabelführung geeignet. Hergestellt aus Polyester und Gänsedaunen. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Bei diesem Parka ist die verstellbare Kapuze am Kragen befestigt. Das Fell ist abnehmbar. Der doppelte Reißverschluss und der Knopfverschluss gewährleisten maximalen Schutz vor den Elementen. Die Taille ist mit einem Kordelzug verstellbar und die Ärmel sind an der Innenseite mit einem Gummizug versehen. Es gibt zwei Außentaschen und eine Innentasche. Er ist aus Polyester gefertigt. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1 Dieser warme und bequeme Parka ist aus weichem Stoff gefertigt und verfügt über eng anliegende Rippenbündchen, die vor kaltem Wind schützen. Die Kapuze ist gefüttert und kann abgenommen werden. Der Verschluss ist ein Reißverschluss mit Knöpfen. Er ist aus Polyester und Polyamid hergestellt. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Der Verschluss ist ein Reißverschluss mit Knöpfen, die vor kaltem Wind schüttert und vor kaltem Wind schüttert und vor kaltem Wind schüttert und vor kaltem Wind schüttert. Der Verschluss ist ein Reißverschluss mit Knöpfen, die vor kaltem Wind schüttert und vor kaltem Wind schüttert und vor kaltem Wind schüttert.